Ihre tägliche Andacht aus dem Buch Maranatha Der Herr kommt Geschrieben von Ellen G. White Die Öhe sah in der Prophetie, und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie eine Drache. Offenbarung 13, Vers 11 Eine Nation, und nur diese eine, entspricht genau den detaillierten Angaben dieser Prophezeiung. Sie deutet unverkennbar auf die Vereinigten Staaten von Amerika hin. Hier haben wir ein verblüffendes Bild vom Aufkommen und Wachstum unserer Nation. Die lämnähnlichen Hörner, Sinnbilder der Unschuld und Sanftmut, repräsentieren den Charakter unserer Regierung sehr treffend, wie er sich in seinen beiden Grünsätzen Republikanismus und Protestantismus ausdrückt. Der Herr hat für die Vereinigten Staaten mehr getan als für irgendein Land, über dem die Sonne scheint. Hier hat er einen Zufluchtsort für sein Volk geschaffen, wo sie ihn nach ihren Gewissensüberzeugungen anbetten konnten. Hier hat sich das Christentum in seiner Reinheit weiterentwickelt. Die belebende Lehre, vor dem einen Mittler zwischen Gott und Menschen ist frei verkündigt worden. Gott beabsichtigte, dass dieses Land immer frei bleiben und allen Menschen offen stehen sollte, damit sie ihn so anbeten könnten, wie es ihnen ihr Gewissen eingibt. Er bestimmte, dass Amerikas staatlichen Einrichtungen in ihrer Entwicklung im Laufe der Zeit die Freiheit darstellen sollten, welche die Vorrechte des Evangeliums bringen. Doch der Feind aller Rechtschaffenheit führt Böses im Schilde gegen Gottes Absichten mit diesem Land. Er wird Unternehmungen einführen, die die Menschen vergessen lassen, dass es einen Gott gibt. Weltlichkeit und Habgier, die Götzendienst sind, werden durch das Wirken des Erzbetrügers siegen, bis das Gesetz Gottes in jeder Hinsicht außer Kraft gesetzt worden ist. Mir ist gezeigt worden, dass Satan uns zuvor kommt. Das Gesetz Gottes soll durch Satans Wirken außer Kraft gesetzt werden. In unserem Land, das sich der Freiheit rühmt, wird es mit der Religionsfreiheit zu Ende gehen. Wenn unser Land in seinen gesetzgebenden Versammlungen Verordnungen erlässt, um das Gewissen der Menschen in ihre religiösen Vorrechten zu binden, wenn es die Sonntagsheiligung durchsetzt und gegen alle, die den siebenten Tag als Sabbat halten, Druck ausübt, dann wird das Gesetz Gottes in unserem Land eigentlich für ungültig erklärt. Und auf den nationalen Abfall vom Glauben wird der nationale Ruin folgen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Gott mit uns. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!